Und damit herzlich willkommen zurück zu Audi Simulator 2014 mit Geschi LP Ja Und dem Timer den ich jetzt starten werde, oh Gott wie zielt das von selbst, das ist scheiße Aus Prinzip, ich habe da hinten übrigens irgendwas gesehen gehabt Irgendeinen Schatten das ich bewegt hatte und seitdem habe ich mich nicht mehr vom Fleck getraut Ah ja und meine Abonnenten lasst mich doch meine Comments wissen was ihr von dem Let's Play haltet Ob ihr mehr davon wollt oder nicht oder so, das habe ich vergessen im letzten Part zu erwähnen am Ende Ja und Jörg lasst mich doch mal bitte davon wissen ob du mehr von diesem Projekt willst oder nicht Ja was, ich sage jetzt einfach wie es ist, ich spreche meine, meine, oh hier liegt eine neue Waffe Oh Gott Meine, ne Glock, ne Glock Du hast ne Glock Manu, das ist meine Lieblingswaffe Ja und du hast ne USP Ja USP ist auch geil Wieso durften die eigentlich den Namen Glock verwenden, aber nicht den Namen von der USP Ähm, vielleicht weil die einzelnen Namen nur als Glock 17 markiert sind und so, also halt das dann meinetwegen nur steht Ich glaube, warte, sie heißt Glock 19, ja genau Ich habe da auch gerade eine aufgesammelt, deswegen ist das aufgesammelt Glock 19, 9mm Pistole, bla 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 bla, ich kenn die Glock gut Oh Gott im Bett Wo kommst du denn her? Ich glaube, mit der Hand-Weapon drauf zu schießen bringt nicht so viel Ähm, Slot 1, Slot 2 Was macht der? Abstürzen Ja, der war plötzlich fast über mir und dann ist er abgesticherte Angst Ich brauche übrigens neue Munition, ich habe nur noch zwei Schuss, wenn ich das richtig sehe Ähm, Vorsicht vorne oben Ähm, wo ist der hin? Nach da Oh Äh, er kommt jetzt hinten rum, glaube ich Nein, das ist der, glaube ich Ah! Sicher? Gott Nein, aber er ist da hinter dem Zaun, ich weiß nicht wie er zu uns kommen sollte Also wahrscheinlich hinten rum Der Buck Nie Ach, er steht noch im Garten, hallo Oh Gott, er kann durch den Zaun gehen! Äh, ich hab's gesehen Äh Glock ziehen Ah, geh weg von mir Die Glock ist besser, die Glock ist besser, die Glock ist besser Stirb Oh Gott, er ist tot Alter, wie viel Schutz hat die Glock bitte? Warte mal, zwei, vier, sechs, acht Viele Ein bisschen mehr als normalerweise Nein, ich habe es gehört Kann man das Haus da rein? Nope So, watscht nicht Warum gehst du da lang? Können wir auch durch die Zäune gehen? Ah! Bett Nee Klar, wir können nicht durch die Zäune gehen Äh, wo ist das Bett? Das ist übernatürliche Wesen Brecke Brecke Du siehst mich nicht Du siehst mich einfach nicht Okay, es sieht mich doch Ähm Es ist tot Es liegt auf dem Es liegt auf der Luft In der Luft Er hat einen Sound gemacht, als ob es auf den Zaun gefallen wäre Liegt in der Luft Oh, das Auto ist auch noch ein bisschen verbeult Ist das ein Polo? Das ist übrigens ein Nein Das ist ein Toyota Ein Fox Irgendwas ist hier, was uns angreift Ja, da, ein Bett Nochmal irgendein Bett Was, wo? Was ist nicht da? Ne Hä, da hinten ist ein Bett Voll weit weg Sniperbett Ja Und wir als, äh, Bullen fühlen uns Entschuldigung Äh, Hauptkommissare im Einsatz Ähm, fühlen uns natürlich auch gar nicht verarscht Weil uns Betten Fliegende Betten aus der Luft angreifen Nein, das ist der Alltag Hier liegt Munition für die Standardisch ist normal Ich glaube für deine Waffe liegt hier Munition für das Gewehr Ja, ich Nein, doch Keine Ahnung Ähm Lass mich kurz rausfinden Schaut mal kurz auf die Waffe Nein, das war nicht für die Das waren Shells Das war für die Shotgun Jeeey Scheiße Die wir nicht haben Du hast die jetzt im Inventar Jetzt kommt dein Inventar zu Ne, ich hab die nicht im Inventar Hä? Frag mich nicht warum Muffin Gib dir Ne, hab noch, äh, 89 Leben Ähm Ich hörs Wo? Da Ich bin nicht so gut mit... Guck dir doch mal an wie das Viech sich bewegt Was ist das? Ja, es ist verkrüppelt Ich kann mit der Maus übrigens nicht so gut zielen Selbst für ein Kuppel bewegt sich das kaputt Ich bin mit der Maus zielen übrigens nicht so gewohnt Weil ich nicht so oft Shooter spiele Ähm Zumindest nicht am Computer Ich bin mit dem Controller Erstaunlicherweise besser mit nem zielen Als mit der Maus Achso, ach, nope Mhhh HEHE clones HEHE Tschüss! So much tschüss! Ich.. Ne HAAה HILFE! HILFE... HILFE... HILFE, HILFE.... Was soll ich denn machen? Ent enthalten noch zwei Schuss Ähm, ich habe keine Reaktion mehr Ich habe auch keine mehr Ich bin komplett OUT Exactly Äh ... Ich habe ne Idee. Wir gehen einfach dran vorbei. Okay? JAA, okay Äahh, Hilfe! Die anderen antibodies Die kleinen können wir erschlagen Ja, bin ich宜gespräche Wir sollten vielleicht unseren Schlagstock equippen. Wir sollten vielleicht den Schlagstock equippen, der ist vielleicht ein bisschen besser. Ich hab den nicht equippen, ich hab den nicht equippen, ich hab den nicht equippen, weil ich immer eine Nachkampfwaffe auf eins brauche. Sicher, sicher. Ja, hab's gesehen. Lass uns nochmal hinter das Vieh laufen. Oh Gott, das hat mich getriggert. Ich werde bei diesem Spiel übrigens oft ausrasten. Ja, ich auch. Ähm, schnell mal Schlagstock auf eins legen. Äh, auf drei. Du weißt, dass das Viech näher kommt? Und ziemlich groß ist? Oh mein Gott, mach hin! Hallo, Süßer. Na? Möchtest du ein Date mit mir? Nee, der hat keinen Schwanz. Das ist mir... Nee, da hab ich ja nichts von. Es ist ja, als ob du eine Reisschachtel fixt. Oh Gott, oh wat? Ja, ich muss meinen Humor dabei wenigstens bewahren. Okay, wir gehen einfach weiter, okay? Einfach weitergehen. Du hast Munition, das ist gut. Ja, ich hab... Ähm... Ja, wow, das ist halt die Munition. Many useful. Ja, gegen vor allem dieses Viech. Nein, da schießen wir nicht drauf. Wir ignorieren das einfach. Nein, ich schieße auch nicht drauf. Das ist die Munition nicht wert. Ja. Vor allem kommt das näher. Ähm... Wir können jetzt in die Kanalisation gehen oder uns von diesem Viech fressen lassen. Morphine nochmal? Äh, ich glaub, du kannst die Kanalisation. Ich hab nochmal Morphine. Ja, Kanalisation. Ich krieg das Morphine nicht aufgehoben. Nimm es! Ähm... Ich hab nur bei Follow-Me gesagt. Das Viech sieht mich nicht. Es sieht mich. So weit, tschüss! Geht runter! Ja, da! Ich dachte, ich hätte nicht verloren. Ich werde sowas von übersteuern. Sorry. Ja, ich hab dein Übersteuern schon gehört. Warte, Freddy hat mir irgendwas geschrieben. Äh, okay. Äh... Wieso eben Let's Play? Ah, ich hab heute Nacht erst mal 7 hochgeladen. Many wow, such drinking! Ja. Ja, ich sollte mir Morphine geben. Muss ich da runterfallen? Ja. Mano. Quip und... Willst du denn nicht als erstes runterfallen? Ich geh mir jetzt gerade erst mal... Ah! Ach, Matschmeier. Also du kannst dir auch zuerst runterfallen. Wie wäre nein? Äh, war ja eine Idee. Ich hab volles Leben. Und du, ne Waffe mit Munition. Das ist vielleicht nicht so schlau. Ja. Meine Waffen sind beide leer. Äh, ich seh hier noch nichts, was uns attackiert. Ich steh dir auf dem Kopf. Ach, danke. In diese Richtung scheint nichts zu sein. Aktuell noch nicht mal. Oh, nein! Was? Ich kenn das Singleplayer-Let's Play gar nicht gut. Äh, wenn das die gleichen Gänge sind, kommen hier gleich Franzosen. Was? Frag einfach nicht. Die sind anstrengend. Die würde ich mit Schlagwaffen besiegen. Nein! Warum gehst du weiter? Äh, mein Spiel wird übrigens gleich wieder abstürzen. Ah ja, stimmt. Da war ja was. Deshalb hoffe ich mal, dass im nächsten Raum nichts kommt. Die, ja? Ähm... Bin schon wieder drin drin. Also, ich mach jetzt auch keinen Cut mehr zwischen, weil das dauert mir zu lange. Kann ich verstehen. Hi. Und... Oh, ich seh gar nichts. Wir brauchen nicht zurück. Ähm... Wieso sagt meine Spielfigur, dass wir nicht zurück müssen? We don't need to go back. In dieser Lage. Na nein! Danke. Na ja gut, da oben ist ein Irrer, ne? Also, ich würde auch nicht zurückgehen. Ja, okay. Stimmt auch wieder. Also, ähm... Wir müssen das töten. Was bist du denn? Nicht drauf schießen, nicht drauf schießen, nicht drauf schießen. Pass auf. Pass auf, das ist mit Stacheldraht gefesselt. Das... Danke, dass du Munition für dich aufhebst. Sorry, das war Reflex. Nächstes Mal kriegst du. Äh, pass auf. Das Viech, wenn du es schlägst, befreit es sich erstmal. Dann kannst du angreifen mit den Händen. Ähm, wenn du ihm Headshots gibst, dann kriegst du... Das nicht hin. Allerdings musst du es dafür so zum Stehen kriegen, dass du ihm sicher auf den Kopf schießen kannst. Das ist relativ schwierig. Ähm... Ja, sieht man. Komm her. Komm her. Und so greift es halt mit der Zunge an. Deshalb nennen wir es Franzosen. Der Spruch kommt eigentlich von Gronkh. Schieß ihn bitte einfach zweimal in den Kopf. Ich glaube zwei oder drei Schüsse über... Warte, nee, warte. Lass mich durch. Ich treff's nicht. Schieß ihn zweimal in den Kopf. Iiii. Oh, das ist doch mal so. Der war daneben. Ähm, würdest du bitte sterben? Wieso stirbt das nicht? Danke. Weil das stark ist. Deshalb sind die Viecher extrem nervig. Die kann man, glaube ich, umgehen... Die kommen auch aus Wasserfütz. Und da hinten steht noch eins. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Was? Weg! Da kommt noch eins. Schieß ihn mir in den Kopf! Ich hab Angst. Hinterrücks. Ja, ich... Ich hab gerade zu zielen. Ich hab Angst vor den Viechern. Sorry, aber die sehen echt gruselig aus. Die sind auch extrem nervig und stark, Alter. Wir müssen hier extrem langsam vorgehen. Druck dich einfach mal. Ich hab so eine Heidenangst. Ich hoffe, ich hab den Timer gestartet. Ja, wir haben noch fünf Minuten. Wow. Oh, ja, ich hab noch Angst. Da ist wieder einer. Geh schon mal zurück. Ich log ihn an. Okay. Hi. Na? Ah! Scheiße, verzogen! Nein! 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 Das war knapp. Ich habe mich gerade die Zeit erschrocken, als ich nach hinten geguckt habe, weil ich dachte, er folgt nicht. KI ausnutzen, macht Spaß. Ich habe keine Munition mehr. Du hast da noch ein Magazin aufgekommen. Nicht. Nein, das war kein Glock-Magazin. Für die USP... Noch keines für die Pistole. Nein. Für deinen Gewehr? Ich röste geradeaus. Nein. Ähm... Nahkampf. Möchtest du oder soll ich? Ähm, mach du mal vor, ich muss erst lernen, wie das geht. Oh, das sagt... So geht das. Das war echt effektiv. Alter, das war genius. Man kann sich hier nicht um Ecken legen, okay. Ähm, ich glaub, der Gang ist nicht zu Ende, okay. Keshi? Ja? Nach da oder nach da? Gittertüren sind, glaub ich, keine gute Idee, oder? Ja, ich weiß es nicht. Okay, ich hab ne Idee, du bleibst genau hier stehen. Ich renn mal kurz in den Gang rein. Okay. Hallo? Hallo? Da hinten ist ne Gittertür, ich mag nicht mehr. Was? Mach das Licht an. Ich hab so eine verdammte Angst, ne? Oh nein, da links geht's weiter. Da ist aber irgendwas, das Morphin, das Morphin. Hier ist niemand. Hey. Haps. Ähm. Was war das? Ich bin nicht der Einzige, der das gehört hat? Okay. Das ist große Musik. Ich hör das. Ähm. Ähm. Gehen wir einfach mal grad aus weiter. Soll ich vorgehen? Nein, du gehst vor. Ha ha. Ähm. Okay. 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 Miep. Du? Ist da jemand? Oh? Wat? Cool. Jump'n ran! Ich guck mich dauernd nach hinten um, ob irgendwas hinter uns kommt. Weil ich so einer scheiß Angst hab. Ich auch. Versuch nur irgendwie mich zusammenzureißen. Very, very not answer. Wat? Freddy schreibt grad very not answer. Ähm, okay. Soll ich ihm mal schreiben, such, äh, let's play, many useful that you schreib me? Ja. Please more? Ja. Ähm, was machst du da unten? Achso, na gut, okay, da kann man natürlich auch lang gehen. Das ist ein Alternativweg. Wo bist du? Für die Leute, die der andere zum mainstream ist. Hallo, hier. Ich mag nicht mehr. Da sind rechts und links. Ähm. Ich renne vor links und du gehst rechts. Okay. Eins. Zwei. Ich mag nicht. Äh, links ist zu Ende. Du warst grad in mir. Alter, das ist zu zweit richtig scheiße. Ja. Ich muss mal reingehen. Steht da irgendwas? Da liegt in Munition. Oh ja. Dann dir. Oh, 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 oh. Oh geil. Glock, ja. 15 Schuss hat die Glock, willst du mich eigentlich verarschen? 17, als im Normalfall. Okay, ich hab das Nachladen gehört. Äh, ist so dunkel da. Du hast doch Licht. Lass mich mal vorgehen, ich hab jetzt ne Waffe. Okay. Ich mein, ich geh die ganze Zeit nicht vor oder so, nein. Ähm, bleib mal bitte auch ein bisschen hinter mir, ich möcht gern zurückweichen können, wenn... Ach so, ja, okay. Ich halt den Abstand. Boah, ich hab so eine Angst. Kenn ich. Der Part ist, glaub ich, gleich zu Ende. Ja, eine Minute nach. Ja. Hallo? Oh Gott, hier ist ein eckiger Raum. Nein, eine Treppe! Ich mach mich mal. Meep. Ist hier... Ich hab's zweimal richtig gedrückt und bin nach vorne gesprungen. Du... du Wichser! Alter, wie gerade erschrocken. Die sind absolut nicht schreckhaft im Moment. Wenn nur noch was vor mir gewesen wär, ich hätte das ganze Magazin auf dieses scheiß Viech verballert ohne... Ähm... Ich hab keinen Schweiß auf der Schirm, wollte ich nur mal anmerken. Ich hab jetzt eine Pressspur in der Hose. Fuck. Ich hab das halbe Magazin darauf verschossen. Alter. Ähm... Wie war das mit dem Part? Wollen wir ihn vielleicht... ...beenden? Jetzt beenden, ja. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Seid auch beim nächsten Mal dabei. Ciao. Tschüss. Meep, dieses Spiel...